Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch kurz auf die Messe Make Munich aufmerksam machen. Die findet nächstes Wochenende am 2. und 3. März 2019 hier in München statt. Eine ganz tolle Make-A-Messe, wo ich euch schon mal einen kurzen Ausschnitt zeigen kann, wie es da ungefähr so aussieht auf dieser Messe. Ich habe 2017 schon mal ein kleines Video dazu gemacht, das blende ich euch hier ein. Nein, was ich das Tolle finde, man sieht da so viele Sachen zum Tüfteln, zum Rumbasteln dort. Es wird 3D-Druck geben, es wird wahrscheinlich auch wieder Drohnen geben. 3D-Scanner habe ich jetzt auch gesehen. Fairphone wird da sein und es wird was gelötet. Der EHAO wird da sein. Den Kanal vom EHAO blende ich euch hier auch nochmal ein. Und es gibt bestimmt ganz, ganz viele tolle Sachen, wo ihr auch Inspirationen für eure eigenen Projekte auch sammeln könnt. Nun hoffe ich, dass ich euch ein bisschen Lust auf diese Messe machen konnte. Wenn ihr dann nächstes Wochenende hingeht, wünsche ich euch natürlich viel Spass. Und dass ein interessantes Wochenende für euch wird. Und ich bedanke mich bei euch für die Zeit, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein.